Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Better Minecraft mit Robin. Hallo Guten Tag. So, also wir wollen heute wieder einmal in den Nether gehen. Hast du noch Goldsachen mit? Ich schau gerade unten in der Büro. Nein, leider nicht. Okay, wir brauchen wieder Goldsachen, ja. Was willst du denn haben? Schuhe, Helmer? Ja, am besten Schuhe. Das ist am wenigsten schlimm. Okay, dann habe ich die mal gemacht. Ja, super, danke. Ähm, ich gucke mal, was kann ich denn hier lassen? Wasser einmal bringt doch nix. Ed bringt doch nix. Bisschen nämlich mit. Bist du ja bestimmt schon beim Portal, oder? Ja, ich lege gerade schon mal mal Sachen, die ich nicht brauche, die Truhe. Eisen lasse ich mal da, Sticks lasse ich auch da. Meine drei Picken sollten ausreichen, oder zwei. So, das lasse ich da, das lasse ich da. Ich briss nämlich alles mit. Das Bett braucht man ja eigentlich auch nicht. Nee, das ist eine Idee. Ich packe immer, ich packe meine Sachen alle links hin und du packst rechts hin, oder so. Genau. So, das, das, das. Ich habe ja noch mein altes Paar Schuhe, okay. Okay, ich würde sagen, dann kann man ja losgehen, ne? Ja, genau, ich habe jetzt noch Fackeln, Essen, meine Armbrustschwerter und halt Eis und Cholera. Das geht. Okay. Hätte ich halt mal ein Pick machen müssen. Ach so, ja, das ist gut. Oh, nee, weg. Hm, Hilfe. Hallo. Warum kann ich, warum kann ich, warum kann ich das nicht zurückgeben, das verstehe ich nicht. Mit dem Schwert musst du genau draufhauen, da brauchen wir ein richtig gutes Timing. Na toll. Ach, du machst doch ja Faxen. Okay, und dann, wo wollen wir denn hingehen heute, in welche Richtung? Wo wollen wir denn noch nicht? Ähm, ich weiß nicht, ich brauche ja tatsächlich ein Panel, äh, Level. Vielleicht, am besten einfach ein bisschen umgucken. Hier unten ist einfach nur Fettlava. Ja, und schauen, wo es vielleicht Quarz gibt. Naja, wir haben ja ein bisschen blöden Sporn erwischt. Hier unten ist, hier unten gibt es ziemlich viel Quarz, aber da müssten wir ja hier runter. Ja. Haben wir nicht hier schon einen Weg runter gebaut? Hm, nee, hier unten waren wir noch nicht. Echt nicht? Nee. Wir sind ja irgendwo dort hinten in die Richtung gegangen oder so. Ah ja, ich glaube, die Fakten sind. Okay, dann nehme ich noch ein paar Baublücke. Ja, stimmt. Na boah, ja was. So, genau. Ja, da ist irgendwas kaputt gegangen gerade. Ja, meine Becke. Stein, okay. Oh, ich denke mal, das reicht erst mal hier. Okay. Was bist du denn? Du bist schon da so ein komischer Hund hier. Uah. Oh nein, nicht diese Viecher. Weg mit dir. Okay, da gibt Leder. Mhm, und Kohle. Wie viel Quarz brauchst du? Hey, das ist ja komischer Antikondisch, oder? Oh. Ich kann mit... Aha, hier könnte man garotten. Ein Ticker Schrott. Mhm. Ja. Okay, wenn ich jetzt hier noch so ein paar Blöcke abbaue, kann ich mit dir ja handeln. Ja, kannst du das mal machen. Ich brauche schon mal eine Treppe runter. Aber... Weil mit den normalen Blöcken hier... ...wollte das ja eigentlich alles kein Problem sein. Ja. Ich hoffe mal, der verschwindet jetzt nicht. Ja. Ja. Wenn ich da jetzt zwei Stacks mal... ...in den Blöcken nehme... ...wollte das ja eigentlich... ...ganz gut aussehen. So, wo bist denn du hin? Komm mal her, ja. Okay, jetzt bist du mal rakt. Okay. immerhin ok da bin ich unten bist du schon unten? ja ok zack aber nicht schon wieder ja auch mal ein Treppe kaputt zu machen na, ich muss müsste er müsste er nämlich nur runter ja, er hat schon ein Stück weg gesprengt und er beschießt sich immer noch ja ja da komm doch mal her du okay, ich bin ohne Probleme nach unten gekommen okay, cool auch kurz die Treppe wieder zurück die Treppe ist doch ganz noch ne, dann kommt es nicht mehr hoch dann ach so, okay ne, ich hab schon drei Goldnuggets nice du wolltest ja sowieso ein bisschen Erfahrung genau, ich brauch ein Level das geht ja hier im Messer relativ schnell eben, ist das Gute mit Quarz kann man ja auch was schön schön bauen, wenn man da Quarzblöcke drauf draus macht ja, Quarz ist ja schön wir brauchen ja später auch Redstone ja hätte ja auch Quarz in der Keycard zu bauen würde ich gerne ja ja, also mir hat die Tür halt wo man halt gerne nur mit der Keycard öffnen kann ähm das ist mir ganz cool gibt's hier unten überhaupt irgendwas? ich weiß es gar nicht Gold gibt's ja, ja 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 hier ist Quarz ja ja ist mir hat schon wieder der nächste Gast ist der ich seh ihn auch nicht hm 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 ja ja aber gar nicht so viel kannst du dich immer mitnehmen mach ich ja ja es hält sich noch in Grenzen es hält sich noch in Grenzen hm hm also wo ich äh vorhin reingeguckt hab war es glaube ich noch nicht so viel Koppelstack ähm ähm war halt ein paar Stexten na jetzt kommt vier Stücke oder ne das war glaube ich mehr was echt hm 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 wo ist das da unten oh da ist ein Skelettspawner und ne 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 Hexe ne da ist nur ne Hexe ein Hexenspawner warte mal ich komm mal zu dir ja die müsstest du mal blatt machen wahrscheinlich ja ja ich komm so mach Gas dir alter bin schon vergriftet ach der im Kopf verschriftet war der im Kopf verkriftet da ist noch einer wer ist noch einer ach hier ist Seelensand ich glaube Seelensand haben wir ja auch noch nicht ne Seelensand? ne 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 dann nehm ich mal ein bisschen mit da brauchen wir dann brauchen wir auch erst mal wieder die näser wortzen damit man die dort anpflanzen können ja kommt jetzt endlich nach vergiftung ist schon krass immer so nehme ich die blöcke oma mit redstone habe ich immer bekommen wissen nicht warum aber egal stimmt von dem weiß und von der doofen hexe oder so immer auch dass dieses gekloppt so bist du bist du zum die pickling mehr ok dann kann ich ja das gold abholen dann bekommen er kostet ja nicht rum ja vorher bekommen die schule von wechsel bekommen ok du rennst dort hinten rum ok alles klar setzt du noch fackeln damit wir einen weg zurückfinden nicht wirklich war aber ich noch hast du ok sehr gut alles beleuchtet ach das ist die komische dinger ja ich auch mal mit immer daraus können wir später auch einiges kochen ich habe schon zwei stecks gold ich habe nur gefragt ob es ein dicker in der nähe ist aber ich glaube nicht ich weiß nicht nur noch mal gucken welche richtung jetzt hier weitergehen ich habe sogar eine werkbank da kann ich mir eigentlich ich habe sieben eisenbahn sehr gut so müssen wir denn jetzt in welche richtung ist noch mal hergekommen sind wir könnten jetzt langsam mal eine festung finden oder so ja das wäre echt mal hier sind schon fackeln sie will zum kreis hier rand ok so ein kleiner hund gewesen habe ich platt gemacht hier waren wir auch schon bis daher da kommen waren wir auch schon ja also hatten wir uns ja doch schon irgendwie runtergebuddelt mal nur von einer anderen stelle genau dann waren wir an einer anderen stelle das kurz nehme ich auf jeden fall mit muss ich mal was essen wo bist du bist du ich sehe dich nicht mehr zurückgelaufen ach ja ich sehe dich also ich ja so oft da kommt wieder so ein komischer hund hinter dir jetzt natürlich großartig die sind so nervig die viecher die bringen aber leder und genau ja und nervig auch bringt ganz kurz doch aber wir sollten vielleicht mal ein bisschen weiter gehen und ein bisschen erkunden oder ja ich nehme nur immer quatsch mit damit ich ein paar level bekommen naja ist ja gut kleiner oh was das denn für ein feeder guck mal das ist schon weg hast du hast es gesehen ja wo ist das kam raus gesprungen da ist es gut erschlagen noch nicht lange gleich wieder hoch eine schlange oder irgend so was aber auch coole musik hier jetzt im hintergrund echt ja du bist schon weitergegangen ok ja hier ist unser trader nicht mehr da ist der ist verpufft bestimmt er war jetzt ja ja ok welche richtung gehen wir dann da runter wo waren wir denn noch nicht äh guck mal wenn du auf die karte guckst wenn wir einfach gerade auslaufen würden da sieht man noch keine lava sehen auf der karte da ist ein bisschen weniger lava ok warte mal ich muss mal ganz kurz mal gehen meine dinger hier noch hm ach doch und was und was sind das für dinger hier piksteel nuggets was ist das denn hm hm ok ich hab piksteel ingots bekommen frag mich nicht was das ist aber wo ich mache so ich mache mit einem schwarzen und hier machen wir den kurs weg vom noch mal ein oder was ja irgendwie klar ist das ich habe gesagt nur ein blödes Mist 4 irgendwie treffe ich den seine kugeln nicht jetzt manchmal ein bisschen schwierig zu treffen tatsächlich was machst du jetzt so was ist das für ein vieh da oben ist ein komischer bär aufpassen die greifen die an der ist runtergefallen gott sei dank das ist aber auch nicht so groß also muss man aufpassen dass sie nicht auf dich drauf springen ja aber die machen nicht so damit wenn sie sich angreifen wenn sie auf dem boden sind über eine decke bin ich schon begegnet wo ich koppelstunde klausel gut hat ok wo müssen wir jetzt mal weitergehen wo waren wir denn noch nicht hier warte ich dachte man darf die karte guckst genau die entgegensetzte richtung hier wenn du mal hierhin guckst dann einfach karte aus ok karte weil da siehst du ja ist wenig lava rechts da müssen wir vielleicht mal hin womit dahin porten ja wir könnten und wenn du mit m drückst wo portust du dich dahin auf links links meinst du oder ich schicke dem mann ich schicke dem mann längst nirgendwo und um um scherlokäische entschützt hier ok ok also was ist der borde oder ja habe ich brauche ich auch die manier großes loch das sieht ganz gut aus und irgendwie genau noch drin noch raus sieht auch nicht viel besser aus hier tatsächlich kommen da ist irgend so eine festung war mit da schon eine festung hat man noch gar nicht guckst wo sie sind das sieht aus wie so eine festung war rechts rechts so schräg runter das auch das können wir sagen wir haben doch blöcke oder ja ich habe eigentlich genug level ich brauche jetzt eigentlich nicht schnapp problem ist wir wissen nicht wo wir uns zurückteleboten kann also was zurückgeht wieso wir sehen jetzt nicht wirklich wo die dinge sind wo wir herkommen wo die fackeln sind irgendwo in der mitte ja ich glaube in der mitte bei dieser großen fläche ist es ja hier hinten angucken hier runter links sagen wir mal das ganze leder ein ja ich habe auch schon viel stück und kohle geben die auch immer nach links nach links sind dann auch links hier schräg genau irgendwie rein jetzt wird so ein komischer baum ja ja so cool sieht es aus aber irgendwie jetzt schleim biome da hinten bist du alles ist ja jetzt mal dahin wo diese komische ja schreckt euch und das komische gebäude also aussieht wie eine feste ich weiß nur nicht was da so aussieht das muss irgendwie oben sein ja weil die map ist ja nur von oben die macht ja keine karte von nennen ja irgendwie hoch glaube ich da ist nix da ist nix da ist nix da ist nix da ist der wave point hier geht es nach unten kann natürlich auch ganz oben sein dass wir von unten gar nichts sehen das kann natürlich auch sein da hast du recht ok könnten uns ja auch mal dahin porten ich weiß nicht was dann passiert ich mache es einfach mal oder mal wie muss ich denn das set temporary waypoint ja aber eher einfach ein drücken dann rechtsklick und ich habe mich an die rechte äußere ecke teleportiert oh gott oh gott ich habe meine kiste gefunden und das erwarten also ich glaube so kannst du dich nicht zu mir teleportieren wie kann ich nämlich nicht wie kann ich einen waypoint setzen rechtsklick und set temporary äh oder share location und chat kannst du natürlich auch machen warte mal also auf der karte gehen ja dann rechtsklick und share location ja ja ich habe auch meine karte ich nehme kurz mit ich habe sogar drei diamanten bekommen goldbrauen oh nee oh nee ich glaube ich schluss warte ich komme gleich mal zu dir ich gucke mich nur schon mal hier oben hier ist gerade eine lange strecke ein langes streckchen soll es vielleicht doch auch nicht zu mir kommen jetzt obsidian er war da ja ich komme zu dir was nicht hier wurde jetzt ach du hast dich da unten hinterleportet er bist du bei der festung auf lauersee ich habe ja doch koordinaten geschickt ja es ist die richtige ist die richtigen koordinaten ja weil ich bin ja auch in der festung ich bin bei in der festung wo wir waren ich bin und wo wir hin wollten von anfang an warte mal ich schick dir mal nochmal wie punkte so create und stetigen so ok ja das kann so kollega kommst du ich bin ja ohne festung hier ist auch voll viel drin so warte aber ich komme jetzt erstmal zu dir ähm habe ich mir denn die koordinaten quatsch dass ich jetzt mal da ist ja nicht so schlimm ne nö äh so ok hab ich das minecraft mitgenommen dann ich mir hier mal ein waypoint äh das du komm ich zu dir das ich ist ja da ist auch was ich zu anderen festen kaputtiert komme aber heute diese festung hier warte mal so ok ich würde aber sagen die festung erkunden wir in der nächsten folge ne ja genau jetzt haben wir zwei stück sogar sehr schön dann würde ich nämlich jetzt den part beenden und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge dann geht es hier weiter mit dieser festung und dann schauen wir uns vielleicht noch Robins festung an also bis dahin macht's gut tschüssi tschüssi